Wir haben schon ein Uhr, aber bis alle Herren hier waren, hat es ein bisschen gedauert. Ich möchte, wie gesagt, alle nochmal recht herzlich begrüßen hier vor Ort. Begrüßen möchte ich vor allen Dingen den Hausherrn hier, den Oberbürgermeister Roland Hentz, unseren Landrat Patrick Lauer, Paul Nimtschick, unseren ersten Vorsitzender des ADAC Saarland, Herrn Edgar Neusius, Touristiker beim ADAC Saarland und Norbert Heinz, der Vorstand für Ortsclubs im ADAC Saarland. Wie gesagt, der Patrick Lauer und der Roland Hentz werden noch ein paar Worte zu Ihnen sagen und bestimmt auch, wie ich den Paul kenne, der Paul. Bitteschön. Also ich fang mal an. Ich fahre heute mit. Also ich fahre heute an. Ich will den Gesamtsicht fahren. Da euch gut begrüßt worden sind von den Oberbürgermeister, bin ich ganz herzlich willkommen, heißt es Roland Hentz und unseren Landrat Herr Lauer und natürlich unseren Herrn Gili, der die Zahnstelle organisiert. Ich hoffe, dass das Wetter bleibt und hat viel Spaß, denn wir fahren zum Fahrt. Bei anderen waren nur Witz von mir. Mir wird alles sehr viel besser, aber ich fahre auf jeden Fall mit. Herr Paul, ich wünsche dir alles Gute. Du bist mit dem ADAC immer herzlich willkommen in dieser wunderschönen Stadt. Ich bedanke mich beim Herrn Bastug, beim Herrn Gili und auch beim Herr Di Martino und seinem Team für die tollen Tage hier rund um das Automobil. Bei allen Ausstellerinnen und Aussteller hinter uns. Es ist eine ganz tolle Sache, dass wir uns zusammengetan haben, Herr Bastug. Das ist ein Erfolg für alle. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und viel Glück allen, die heute mit waren. Und der Beste wird gewinnen, Paul. Strang nicht an. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur, dass wir Paul Nimtschig viel Glück wünschen, sondern wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück, vor allem gutes Wetter. Der Saarland Classic Cup des ADAC 2012 ist nicht nur für die schöne Europastadt Saarlouis eine großartige Angelegenheit, sondern auch für den gesamten Landkreis. Das merken Sie an der Begeisterung der Menschen hier seit zwei Tagen hier in Saarlouis auf dem großen Markt. Sie merken es aber auch und werden es heute feststellen in allen Gemeinden, wo unsere Fahrzeuge durchfahren werden, wo das ein großes Ereignis ist mit Partystimmung, wo es in vielen Gemeinden auch besonders angekündigt worden ist, dass die Menschen sehr, sehr gerne diesen hochattraktiven Classic Cup verfolgen, der für viele einen besonderen Reiz hat, insbesondere halt wegen der Fahrzeuge. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir die Siegerehrung heute in Piesbach machen werden, in der schönen Gemeinde Naheberg, wo ich schon heute das Vergnügen hatte, Rallye-Sport begleiten zu dürfen. Ich weiß, dass das mit dem Aufwand verbunden ist, mit jeder Menge Sponsoren, ohne die sowas nicht leistbar wäre. Und dafür ganz herzlich das gesamte Team beim Rainer Basstuch bedanken. Und natürlich bei meinem MSC-Piesbach, Joachim Giddi und seinem Team, die das mit begleiten. Ich glaube, der Paul ist auch ganz stolz auf euch, dass das so läuft. Für uns als Kreis eine tolle Geschichte, viele begeisterte Zuschauer an der Straße und an den Plätzen. Und von daher beste Werbung für unseren schönen Kreis. Und ich wünsche allen unfallfreie Fahrt und viel Glück. Und dann kommen wir jetzt auch zum Spaß.